Es ist vollbracht, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben unseren ersten Grand Prix Sieger hier in Lamprichshausen bei den Amatheos Junior Specials 2017. Die Kategorie Children wurde soeben entschieden mit einem famosen Siegesritt im Stechen durch Pietro Miuci aus Italien. Pietro, Komplimenti per Wiener des Grands Premiers. Wie du dich fühlst? Ja, ich fühle mich gut. Ich bin sehr froh. Ich habe mich nicht erwartet. Ja, ich bin sehr froh, bis zum letzten Mal. Aber du hast gemacht die Barrages als Primo-Pinomium, ist es ein bisschen schwierig für die Barrages? Nein, ich fühle mich ziemlich sicher, weil auch ein paar Mal, die Kategorie haben gewonnen, und ich bin erst in Barrages. Prima bin ich bin, und erst bin ich bin. Da 37-Pinomium sind es sechs nette, die Ciro-Base sind ziemlich schwierig. Ja, es war sicher nicht leicht. Es war ein bisschen technisch, insbesondere die Kategorie hier oben 7-8. Ok, jetzt bist du auch glücklich mit dem Konkurse in Austria? Ich bin sehr glücklich. Was denkst du dir in Lelitone? Was? Ich habe nicht verstehe die Frage. Ich habe nicht verstehe die Frage. Ja, er ist ein richtiger Profi beim Interviewgeben. Wenn es so die schwierigen Fragen gibt, wo er nicht antworten will, sagt er, er hat einfach nicht verstanden, was ich gesagt habe. Verstehe ich auch, aber er ist ein sympathischer, neuer Grand Prix-Sieger aus Italien, Pietro Miucci.